Was ist denn grade? Ja. Von dem Modell jetzt. Nee. Ich war auch schon einige. Ich glaub wir sind halt... Wir haben das Batteriefahrt von hier dauerneignet. Wir haben noch eins. Ja. Okay, dann ist das Problem. Aber was ist denn denn? Du musst dann... Du musst mal mit dem Alphabler, sieht ja scheiße aus. Ja. Guck mal her. Er tut. Ausgelaufen. Er tut. Ja, aber... Wie ist das Grüne? Ja. Auf vier. Drei Drehchen lang. Der einmal riecht ganz sicher scharf. Kann ich euch nicht machen. Kann ich euch nicht machen. Kann ich euch nicht machen. Das ist kein Problem. Und halt dann muss ich... Dreck noch. Der hier ist dran. Hör da. Die originalen. Und die anderen? Das sind die anderen zwei hier. Das ist ja die original-Klamisch-Werchen. Kann man auch noch hin oder keinen Wahn wegmachen? Boah, eigentlich das ist bloß Röste, gell? Ja. Aber da kann ich was anstehen. Ein Längchen zum Beispiel. Ja, wenn der hier abstehen will. Wenn ich abgeben will, ja. Das kommt dann. Ja. Kabel braucht sich ein Stück der... Ja. Der Fingerheilstoff, die man hat. Genau. Das ist, wenn der eine Karte vorhin empfangen hat, also das heißt, wenn die Falle sehr aufhüllt. Ja. Ja. Ja.